Moment! Moment! Warte, wer ist das? Moment! Moment! Was? Das ist nicht... Hallo, Freunde! Ich kann nicht mehr, Edgar, Junge! Hahaha! Ah, Junge, brauchst du den Sieg? Schreib mir! Schreib mir! Dann kriegst du den natürlich! DK, ich spiel jetzt in dem Dingens hier gegen Edgar! Was denn? Junge, brauchst du Sieg? Was stehst du? Ich kann extra verlieren, mir egal. Brauchst du den Sieg? Ich kann auch nicht mehr, ich kann auch nicht mehr gewinnen! Ich hab dann nur drei Siege! Ach so, ja, dann darfst du noch mal spielen! Wie, mein Herz, was stehst du denn? Ach, äh, 2-6 oder so! Ja, 2-6, glaub ich! Okay! Ich hätt' dir den jetzt geschenkt, Digga! Weil ich will eh nur die Jumbo-Packs, aber ich steig dann auf, da hab' ich keinen Bock drauf! Ja, mir ist das egal! Also kannst du wach, was du willst! Kannst du auch gewinnen, mir ist egal! Oh, warte, warte, ich muss mich bewegen! Haha, ist das geil! Das kannst du... Scheiß auf die Zeit, Digga! Scheiß auf die Zeit! Hier, schenk dir den einfach... Alles klar, danke dir! Wie geil ist das denn bitte, wa? Oh, man! Okay, ja, dann danke dir und man schreibt sich! Ach, nee! Ach, nee! Wie geil war das denn bitte? Hahaha! 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 Hahaha!